Wie soll es in der nächsten Woche ab Donnerstag mit den Schulen in Teilen wieder losgehen? Konkret geht es um die Abschlussklassen, die jetzt vor Prüfungen stehen, so die Schulministerin unseres Landes. Als Städte und Gemeinden und als Kreis haben wir uns heute verständigt, wie wir unterstützen können und auch wollen. Als Schulträger werden wir es gemeinsam möglich machen, den Schulbusverkehr wieder hochzufahren. Die Busse werden ab Donnerstag dann fahren. Wir sorgen für Desinfektionsmodus, sowohl für die Handhygiene als auch für den flächendeckenden Desinfektionsschutz. Und wir werden darüber hinaus gemeinsam Mund-Nasen-Bedeckung, wie es so heißt, also quasi Gesichtsmasken für die Schülerinnen und Schüler bereitstellen, auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Und wir hoffen dann, dass den Schulleitungen es gelingt, ein überzeugendes Konzept auf den Weg zu bringen. Wir als Schulträger möchten gemeinsam mit unterstützen, wo wir es können und wo wir letztlich zuständig sind. Ich glaube, dass klare Regelungen hier für die Schülerinnen und Schüler, vor allem aber für die Eltern wichtig sind und auch richtig. Wir haben auch Regelungen zur weiteren Sicherstellung der Notbetreuung vereinbart. Die Betreuung soll ja dann für die Kinder geregelt sein, die noch nicht in die Schule oder in den Kindergarten müssen, aber deren Eltern wichtige Berufe haben, die dann arbeiten müssen. Auch hier sind Regelungen vereinbart worden. Ganz besondere Diskussionen gab es ja um die Frage, welche Geschäfte dürfen denn ab Montag öffnen? Hier hat die neue Corona-Schutz-Verordnung Änderungen und Klarstellungen gebracht. Grundsätzlich dürfen Einzelhandelsgeschäfte bis 800 Quadratmeter öffnen. Und da gab es dann die Diskussion, dürfen denn Geschäfte über 800 Quadratmeter öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche entsprechend reduzieren, sodass sie unter die 800 Quadratmeter-Regelung fallen. Hier hat das Land gesagt, nein. Grund war, dass der Bund gesagt hat, nein, die Regelung soll stringent bei 800 Meter begrenzt werden, keine Ausnahmen. Wir halten diese Regelung für nicht richtig. Wir, das sind der Oberbürgermeister der Stadt Münster, die Landräte, aber auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unseres Kreises. Wir haben deswegen geschrieben an die Bundeskanzlerin, den Ministerpräsidenten, die Gesundheits- und Wirtschaftsminister von Bund und Nordrhein-Westfalen, um hier eine Änderung der Regelung zu erhalten und zu erreichen. Ich habe persönliche Gespräche geführt, etwa mit Armin Laschet, unserem Ministerpräsidenten, oder auch mit Karl-Josef Laumann. Und ich bin überall dort auch auf Unterstützung gestoßen. Ich habe die Hoffnung, dass die Regelung noch geändert wird. Auch die Pressekonferenz vom Minister Pinkwart am heutigen Nachmittag weist in diese Richtung. Wir möchten unseren Einzelhandel unterstützen, bei gleichzeitiger Sorgsamkeit im Übrigen. Abschließend darf ich an alle appellieren. Die weiteren Lockerungen und Öffnungen werden nur dann passieren, wenn wir uns alle weiter an die Kontaktsperre halten und sehr achtsam miteinander umgehen. Und vielleicht gewöhnen wir uns langsam daran, dann auch ab und zu und dann konsequenter tatsächlich Mund- und Nasenschutz zu tragen.